Die Projektwoche hat begonnen. Wir werden in vielen Gruppen heute und in den nächsten Tagen uns zusammensetzen. Es gibt Praktisches, es gibt viele Gruppen, die rausgehen in die Natur, Kräuter suchen und weiterverarbeiten werden. Es gibt aber auch Zumba für die Sportlerinnen und Sportler. Spiele werden angeboten und vieles, vieles mehr. Wir werden in den nächsten Tagen auf der Homepage und bei Facebook jeweils über den Lauf der Projektwoche informieren. Schauen Sie also einfach auf Homepage und auf Facebook nach mit vielen Fotos, Interviews und dokumentarischem Material über diese Projektwoche, die von Montag bis Donnerstag an der Freier-von-Steins-Schule laufen.